Ich muss zugeben, ich war natürlich sehr, sehr nervös vor der Einwechslung. Das war für mich, glaube ich, einer der großartigsten Momente, weil es einfach der erste Schritt war in der Liga. Es war sehr emotional, klar, und ich war natürlich auch sehr, sehr nervös. Generell war eigentlich eine spezielle Situation, klar, logischerweise erst mal das Spiel, dann gegen Madrid, dann Champions League Halbfinale. Es ging einfach um viel, es war eine besondere Saison, es war ein besonderer Moment und dann das Ganze drumherum war halt extrem. Also klar, mit der Verkündung, dann in der Situation, hätte man, glaube ich, alles ein bisschen geschickter machen können im Nachgang. Nichtsdestotrotz für mich natürlich speziell, aber für mich war es sportlich einfach wichtig. Es war direkt auf Levy die Flanke und ich meine, es war ja auch ein Sahneabend von Levy da und für mich war es wichtig, so auch ins Spiel reinzukommen und direkt das auch so dann einzuleiten und daran teilzuhaben. Und das war, das war top. Ey, 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 ich kann mich noch erinnern. Kopfballtoren, ein bisschen spekuliert, aber ja, ich kann mich gut daran erinnern. War nicht das Schönste, aber mit Kopf und so viel Kopfballtoren habe ich auch nicht gemacht, von daher. Irgendwie war das ein spezielles Spiel, eine spezielle Energie. Klar, dann noch mit meinem Bruder gegen Augsburg und, 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 das kam alles so zusammen. Aber so generell war es speziell für mich, also auch die Stimmung der Leute, es war sehr, sehr positiv und ich glaube, das hat man gemerkt, das hat man mir auch angemerkt. Ja, und zwar für mich natürlich sportlich wichtig, plus dann noch das Drumherum mit den Fans und die Energie, die da war. Das war besonders, ja. Ne, war gut, war ein guter Moment für mich, ja. Das ist noch 1900, oder? Das Spiel auch, der Platz, das war alles, war natürlich speziell und dann noch die Tore zu machen, das war natürlich auch gut und, 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 und Lukas natürlich super vorbereitet. Also, und dann, genau, letzte Minute, das war ja dann, ähm, das war auch besonders. Ich glaube, da habe ich auch einen Krampf gekriegt in der letzten Sekunde da am Ende beim Feiern, aber, ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, ja, war gut. Ein bisschen glücklich natürlich am Ende, aber im Endeffekt war es auch wichtig für uns in dem Moment, das Tor zu machen, 1-1. Und natürlich, DT, das hatte ich vorher drunter, weil ich wusste, das ist seine letzte Saison und, ähm, kam vieles zusammen und dann noch das Tor und, äh, hat mich für DT einfach gefreut und er hat mir viel geholfen und, äh, ist auch eine spezielle Person, spezieller Fußballer und wir haben viel Spaß gehabt im Training und so kam das so, ja, das war, also, das war gut. Seinen starken linken Fuß nach dem Rang, das war auch nicht so schlecht von Levy gemacht, von da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, war auch eins, glaube ich, der schönere Tore. Rausgespielt mit Levy zusammen, das war schon, das war top, ja. Da macht Kevin, genau, da klaut Kevin mir das Tor. Ne, aber war wichtig, glaube ich, auch so, äh, gerade zu Hause dann das erste Spiel, das war, das war auch gut. Ja, war speziell auch, weil, ich glaube, das Jahr davor, da haben wir das erste Spiel verloren, da kann ich mich noch gut dran erinnern, gegen Leverkusen, da haben wir das erste Spiel zu Hause 2-0 verloren in der Saison und, äh, dann hat ja alles seinen Lauf genommen und dann war es natürlich so, neue Saison, die neue Motivation und ich glaube, da war es nochmal wichtig, genau so auch weiterzumachen, das fortzusetzen und, das war, das war von der Mannschaft gut, das war von allem gut und dann hat es so gut direkt gepasst, äh, hätte schlechter laufen können, ja. Ja, kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, weil ich glaube, da habe ich den Ball auch mit nach Hause genommen. Ja, war auch nicht so schlecht. Es war auch eher eine spontane Situation, aber dadurch, dass der Freistoß so relativ nah war und, äh, hat natürlich gut gepasst, muss ich sagen, das war nicht schlecht. Und das war, ja, das war der Volli, ne, ja, genau. Ja, das war kurz vor der Winterpause, das hat mir auch, äh, ja, hat mir auch gut gefallen, das war. Ja, ne, das war gut, ja, das war's, genau, da hat Matze den Freistoß schnell ausgeführt, na ja. Das ist 3, was ist eigentlich 4-0 oder was ist hier eins? Ja, 4-1, ne. Ja, und gegen Tor fängt er mir niemand an an. Das glaube ich war, das ist ein Diagonalballer, vielleicht gleich. So eine halbe, so eine halbe Flanke, ja. Den macht er natürlich auch ganz gut. Von daher hat es gut gepasst, ja. Das war schon sensationell, ich glaube, keiner hätte damit gerechnet, also niemand vor der Saison, auch dann mit dem ersten Spiel, das wir verloren haben. Es kam so viel zusammen, dann die Saison, die, die Siegeserie, die wir hatten, äh, die Mannschaft, die sie gespielt hat, äh, Trainerteam, hat einfach so viel gepasst. Ich glaube, das ist auch am Ende dann wichtig, dass sowohl mit den Fans, mit den Spielern, mit dem Trainerteam, mit all dem drum und dran, und dann so eigentlich überraschend alles, äh, gekommen ist. Das war, glaube ich, das war besonders, auch die, die Stimmung in der Mannschaft, äh, und ich glaube, es ist ja auch nur möglich, wenn genau das auch zusammenkommt, ne, und das war damals der Fall. Das war schon einmalig, plus dann auch die Fans, ich meine, das war, das war ja unglaublich, dann auch auf dem Platz und, und danach, ich meine, es gibt mir jetzt noch Gänsehaut, wenn man da dran denkt, und man hätte einfach nicht damit gerechnet, das war meine erste Saison, und von daher, war das, äh, ja, so unglaublich. Ich glaube, das ist dann auch, was dann auch hängen bleibt an Erinnerungen, ähm, was in meiner Karriere einfach auch noch super, super wichtig und speziell ist. Ja gut, im Endeffekt einfach wohl, würde ich mich einfach bei allen Beteiligten bedanken, ne, also all das, was passiert ist, ob jetzt in der Jugend, meine Jugendtrainer, die mich dort begleitet haben, die Zeit unter Kloppo mit, äh, alle Leute, die im Verein gearbeitet haben, noch arbeiten, ähm, alle, die mich begleitet haben, und, äh, einfach an, an alle Danke sagen für die, für die Zeit, ähm, und, und vielleicht auch die, die Achterbahnfahrt an Erfolg, an kein Erfolg, Gefühlen, ähm, die mitgewirkt haben. Ähm, einfach Danke sagen für die Zeit, dass, dass das auch nicht selbstverständlich ist, dass ich das erleben durfte und, dass das passiert ist, und dem Verein alles Gute wünschen, ähm, weiterhin viel, viel Erfolg, und, ähm, dass es, äh, ja, auch in der Zukunft so klappt, und, äh, werde das natürlich weiterhin verfolgen, alles, ja. Und, äh, ja, auch in der Zukunft so klappt, und, äh, ja.